Willkommen in Kathmandu im Lockdown. Nein, Deutschland hat den Lockdown, wir nicht. Kathmandu ist aus dem Lockdown draußen. Gerade gelandet. Baby is white. Baby was white. Ja, ja. No whitest Henny. No white skinne, ja, ja, no white face. No chicken. No chicken, no chicken here. Ja, no broiler. No broiler. Ja, ja. Die sind die Touristen broiler, chicken! Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, was ihr macht? Huh? Was ihr macht? Ja, ja. Was ich macht hier? Ja. Ja, ja. ich denke mir der möchte mir jetzt irgendwas verkaufen aber ich gehe jetzt gleich ganz schön schnell ins hotel rein und lasse den link stehen ganz einfach der läuft mal einfach hinterher du bist aus austria? nein ich bin aus germany aus germany? ja austria und germany sind ähnlich, oder? bitte? wieder? dennoch, dennoch und germany sind ähnlich, oder? äh austria austria und germany? ja, sie sind ähnlich, die Sprache ist ein bisschen ähnlich welchen Teil des germans hast du dich aus? welchen Teil des germans hast du dich aus? welchen Teil des germans hast du dich aus? ich? nah Düsseldorf, nah Cologne oh ok, ja, ja in munich? ah, sehr gut, sehr gut sie hat hier bis zum 1992, sie kam hier ah ok so 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 all die Zeit kommen, wenn sie weg ist die wissen schon direkt alle in welchem hotel du bist die haben schon deine telefonnummer, ich hab keine ahnung woher ich lass den jetzt einfach mal ein stückchen mitlaufen und dann sehen wir was er sagt wenn ich links reingehe ja, ja, ja so, wir sind jetzt am hotel angekommen, ich melde mich gleich mal das, Und da gibt es